Erste Tricking Session in der Halle seit 2 Jahren? Seit 2019? Seit 2018 wahrscheinlich. Oh shit. Ich wüsste dir nach 2 Jahren nichts tun. Schlecht. 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 Es wartet noch 1-2 Monate. Dann geht da wieder was. Das Randtasten. Ihr kennt das. Wiese. 2 Jahre Wiese. 2 Jahre nicht Wiese trainieren. 2 Jahre Bier und Alkohol. Nein. Bier und Alkohol. Bier und Alkohol? Nein. Zigaretten und Nikotin. Yes. Nice. nal дел seg mir in alleise heureTS. Alleining Cap. Doch. Alles klar. Das war es das aber! Oh, wow. Wir tricken jetzt halt. 14 Minuten? Nee, nicht mal, Alter. Wir sind um halb hierher, kommen jetzt das Viertel nach und wir können einfach nicht mehr. Drei Viertel, aber gut, dass du nur lesen kannst. 15 Minuten. Ja. Wir schwitzen jetzt schon alle wie... Wie Elchkühe. Junge Elchkühe. Ja. Doch. Challenge, irgendeine Challenge. Wer mehr schwitzt, der gewinne ich. Erst mal reinkommen und dann... Ein paar Monate noch so. 18 Monate, dann können wir das, glaube ich, vernünftig machen. Ja. 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 Ja, was wir alles mal gemacht haben, so viel in die Hand ist es richtig. Oh! Oh, das war kreis nicht! Nice! weg gestanden magst du okay